Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge. Delete. One. Mann, mach mal die Brille jetzt hier. Das haben wir. Part. Heute werden wir wieder einige Dinge freimachen und vor allem auch zeichnen. Ich habe schon richtig Bock. Und falls ihr auch Bock habt, lasst ein Like da. Ich wünsche euch viel Spaß, dickes Küsschen. Wir gehen rein und let's go. Hinten die schlafende Katze. Aha. Wir haben hier also die schlafende Katze. Und müssen jetzt erstmal gucken. Hallo. Was ist das denn? Oh Gott, Kollege. Du hast ja Socken im Bett an. Alter, Leute. Hashtag Socke. Wenn ihr das überhaupt nicht feiert mit Socken im Bett. Da ist die schlafende Katze. Alles erstmal entspannt. Wir gehen mal weiter. Mache ihn glücklich. Okay. Also. Wenn die Katze zehn Jahre alt ist, dann ist sie glücklich. 100. Wir werden ja auf jeden Fall auch ein bisschen zu alt. Aber okay. Wir machen weiter. Wie man ausbalanciert. Wir haben hier zwei, drei, vier Elefanten. Wir löschen mal diese. Wir löschen den hier. Können wir den eigentlich theoretisch auch löschen? Okay. Brauchen wir nicht. Das löppt dann, würde ich sagen. Wir gehen mal weiter. Finde die Worte. Ich liebe dich. I love you. Wenn wir die Katze löschen würden, dann hätten wir hier auf jeden Fall einiges gelöst. Und da ist es. I love you, Leute. Ich liebe euch. Also meine Community. Viel Liebe für euch. Lass gerne mal ein Like für dieses Video da. Damit wir vielleicht auch mal wieder in den Träts landen. Liebst du dieses Spiel? Ja. Also C. Ja. Was soll ich dazu sagen, Leute? Weiter geht's. Bring den Bären zum Lächeln. Ey, Kollegah. Mach mal. Das coole Lachen hier hin. Nice. Okay, okay, okay. Rettet das Haus vor Feuer? Digi, was ist das denn hier? Ja. Mach ich die mal weg. Und ich glaube, die war das, oder? Die Frau hat das angezündet. Wir hätten das Feuer auch wegmachen können, aber das hätte es nicht gerettet. Das war das kleine Kind. Die Frau, sag ich. Das war das kleine Kind, ey. Wo ist der Hase? Definitiv im Blumentopf. Und der Hund hat sich irgendwie in den Hasen verliebt, aber ist okay. Hilf der Maus. Ja, Mäuschen. Also, ich würde mal sagen, der Rattenschwanz ist weg. Und damit kann die Katze sich auch mal verziehen. Mache sie glücklich. Kein Vogelkäfig. Und der Vogel kommt angeflogen. Das ist aber schon ein bisschen süß, Leute. Hilf dem Pelikan, den Fisch zu finden. Ich sag mal so. Könnte denn der Fisch sein? Hier ist er nicht. Da ist er auch nicht. Hier unten ist der Fisch auf jeden Fall am Start. Und der hat ihn ja gegessen. Mann, ey. Wo ist die Katze? Definitiv hier drin. Nee, das ist sie nicht. Äh, hier vielleicht? Ah, die Katze hat sich hier versteckt. Guck dir mal das Gesicht an. Finde die Giraffe. Hm, die Giraffe kann ja eigentlich nur hinter dem Stein sein. Äh. Ah. Aha. Die Giraffe sieht also fast so aus wie ein Vogel. Zumindest der Kopf davon. Auch nicht schlecht. Wo ist das Schwein? Definitiv unter der Ente. Wir haben das Ding komplett gelöscht. Und da ist das kleine Schweinchen. Kuh, 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 kuh. Finde das Zeichen. Ähm. Was geht denn jetzt ab? Also. Äh. Okay, also Fragezeichen wahrscheinlich. Machen wir die Katze hier lieber weg. Ich finde die Kreativität von den Entwicklern auch echt nicht schlecht. Wir sollen das Brot aufheitern lassen. Ah, ja, Leute. Okay, ich lösche mal das Brot weg. Ach so. Okay. Dann haben wir so eine Grammanzahl. Äh. Wie wäre es denn, wenn wir... ...das vielleicht in die Mitte machen? Nee. Vielleicht müssen wir das Ding hier irgendwie wegmachen. Ja, müssen wir. Und dadurch ist die Brotscheibe wieder am Start. 20 Gramm. Finde die wütende Katze. Hahaha. Ding, wie cool. Oh, Mann. Nicht schlecht. Zum Anpassen löschen. Oh, wir sollen das Ding jetzt hier irgendwie reinfahren lassen. Ich würde sagen, dann löschen wir doch mal das Ding hier weg. Nee, das klappt jetzt hier irgendwie nicht, oder was? Ja, aber eigentlich, ähm, eigentlich... Wir löschen einfach mal alles? Nee, wir löschen das Ding weg. Ah, wir löschen das Ding. So. Ja, dann passt es auf jeden Fall rein. Ah, nice try. Finde das Schloss. Und ich würde sagen, wenn wir den Kaffee hier wegmachen, haben wir auf jeden Fall das Schloss auch ganz entspannt gefunden. Das war einfach, Freunde. Wo ist der Pinguin? Hier. Ich würde sagen, das ist er. Und da haben wir den Pinguin befreit. Wo ist die Hand? Auch hier. Äh, wenn wir den, ähm, McDonald's-Pommes-Dings da mal ein bisschen entspannter machen, haben wir die Hand auf jeden Fall wieder gesichert. Und gestern war ich auch beim McLoid. Da habe ich erst mal eine Insta-Story gepostet. Wie ich beim McDonald's war und schöne, geile Pommes gegessen habe. Nice. Sag etwas Süßes. Ei. Warte mal. Ähm. Ich soll was Süßes sagen. Dann würde ich sagen, mache ich das Grüne doch hier einfach mal weg. Und wir haben daraus Liebe gemacht. Nee. In dem Fall. Naja, wir könnten das natürlich so machen. Und eventuell. Nee. Das auch nicht. Wir sollen was Süßes sagen. Äh. Okay. Hm. Machen wir vielleicht hier noch ein bisschen was weg. Und da noch ein bisschen. Auch nicht. Okay, Leute. Das wird tatsächlich, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Wie wäre es denn? Ah. I love you. Ah. Jetzt. Aha. Rette die Schildkröte. Oh mein Gott. Die ist in einem Plastikbeutel drin. Schnell weg damit. Schildkröte kann wieder entspannt weiter zischen. Oh, eine Schildkröte als Haustier wäre auch richtig, richtig nice. Finde die Wurst. Wir haben hier ein Schweinchen mit so einem, äh, Wurst, äh, Boxsack oder was? Und das Schweinchen hat richtig Bock auf die Wurst. Ich habe heute auch auf so einen Boxsack eingehauen, Leute. Aber auf meine Wolle. Wo ist die Hexe? Äh, hier vielleicht. Ah, Pinguin-Hexe, die jetzt hier hoch hinaus fliegt und sich präsentiert. Wir sollen das Eis finden. Ich würde sagen, das Eis ist doch direkt mal hier unten. Nice. Und damit. Äh, also man sieht das Weiß hier so schlecht. Aber es ist eigentlich ein ganz geiles Eis. Machen Sie glücklich. Was? Das, das, das Einhorn hier? Nein, das ist doch jetzt eine Robbe oder was? Die will mit dem Ball spielen, da hat er eben noch ein Horn drauf. Aber ich habe es mal abgemacht. Na, auch entspannt. Wo ist das Schwein? Wenn wir das löschen, das hier löschen. Das ist jetzt auf Englisch gedacht, Leute. Auf Englisch heißt es Schwein-Pick. Haben wir das Schwein hier rausgezogen. Wir sind jetzt noch mal in einem ganz anderen Game. Nämlich D.O.P. Love Story. Und wir haben hier eine Situation. Oh Gott, die Frau ist todessauer. Und der Typ hat hier Küsse am Oberkörper. Und das kleidet es erstmal. Da gibt es ja wohl richtig Stress oder was? Oh, 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 Leute. Ich glaube, die Brille wird jetzt hier gleich gebraucht. Ähm, okay. Wir werden am Anfang noch so ein bisschen supported von dem Spiel. Ähm, die Frau fragt sich natürlich, wo ist der Typ jetzt hin? Und der ist hier. Und jetzt gibt es erstmal richtig Prügelei. Oh Gott. Hahaha. Guck dir mal sein Gesicht an. Also, das ist ja wohl zu gut. Oh. Oh, oh, oh. Was läuft denn hier gerade? Eios, mios. Hallöchen, Freunde. Was habt ihr denn hier vor? Ich mach mal hier so ein bisschen. Mhm. Und wir könnten theoretisch... Oh Gott. Der ist ja verheiratet. Na, das ist auf jeden Fall broke. Oh. Oh. Ich brauchte nämlich gar nicht mehr abnehmen. Hallo. Meine Kleinen. Warum hat der eigentlich schon die dritte Frau? Der hat eine auf dem Bild gehabt. Dann die blonde und jetzt die. Also, ich würde sagen, da kann ja mal der Deno gucken, ob er hier... Vielleicht ein bisschen besser aufgehoben ist. Hallo, Süße. Was hat der Typ hier zu verbergen? Ähm. Oh Gott. Also, oh Gott. Äh. Oh, was haben wir hier, Leute? Da ist eine Frau mit einem alten Mann. Ist das ihr Macker oder was? Oh Gott, äh. Oh, 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 also... Äh. Moin, äh. Ich bin's, hä. Denno. Also, das ist natürlich wieder ein ganz anderer Fall hier. Hallo. Hä, hä. Was zum... Oh mein Gott. Ist denn hier passiert? Da ist doch der Typ im Hintergrund. Und... Ja. Das gibt jetzt eine dicke Fetzerei. Bockst sich der Typ eigentlich gerade mit dem Opa oder was? So, weiter geht's. Wir haben jetzt diese Frau mit, äh, dem Typen hier und seiner Karre und... Ah. Jetzt hat er ein geiles Auto und sie ist richtig down mit ihm oder was? Das ist ja wohl Betrug. Hashtag Geld in die Kommentare, wenn ihr genau wisst, was hier läuft. Was haben wir hier? Es ist kalt. Die Dame hat nichts an. Ah, leider können wir da nicht tricksen. Die Schneemänner weg, bringt nichts. Wir müssen die Wolken wegmachen, dass die Schneemänner schmelzen. Und dadurch... Oh mein Gott. Der Typ schon wieder mit der anderen rumchillt. Oh, Leute. Okay, was haben wir hier? Die beiden haben sich wieder vertragen. Oder ist das ein ganz anderer Typ? Auf jeden Fall ist es jetzt nass und es gewittert übelst doll. Den haben wir weggemacht. Was ist, äh, das hier? Der hat so einen heftigen Pitbull hier. Uh. Und wenn der Pitbull nicht angeleint ist, dann würde die Katze hier drüben wahrscheinlich richtig Stress machen. Jo, machen wir mal. Ah. Oh. Ach was. Da hängen sie beide wieder im Busch. So ein Ding ist das. Was haben wir hier? Uh. Der Surfertyp. Also, ich würde sagen, die hat definitiv verloren, Leute. Ähm. Ja. Wenn wir den vielleicht mal löschen. Oder dem eine Glatze geben. Gott, der sieht ja richtig schrecklich aus, oder was? Äh. Ja. Und ich lösche den bösen Bär an. Der Typ ist böse, Digga. Das habe ich... Oh, Leute. Der Typ ist noch böser. Der Piestigbär. Erledigt, Leute. Lockeres Ding. Wir gehen weiter. Level 502. Wer passt zu ihr? Moment, Baby. Also, wir malen dem Typen mal einen entspannten Bauch. Und... Sag mal. Was ist das denn? Digga. Der hat ja den Mund schon offen. Schnitt. Level 503. Erhalte mehr Geld. Ah, ja. Wir haben hier so einen Burger drauf. Irgendwie Kohle oder so. Der Typ sieht aus wie ein Penner. Wir machen mal... Ah, Leute. Wer kennt die nicht? Der arme Hund. Und plötzlich... Ah, das sind also die Penner-Tricks? Setz dich mit dem Hund draußen hin und sammelt Geld. Ah, ja. Leute, macht das bitte nicht. Hilf dem Cooler. Hm. Wir haben hier Eis. Wir haben hier das Ding. Wir sollen dem Cooler irgendwie helfen. Wasser. Oder... Nee. Eiskugel. Der musste auf Toilette. Und der Typ fragt sich. Sag mal. Was ist da denn gerade los? Ist das überhaupt ein Eiswürfel-Typ? Oder hat er gerade einen Typ in den Becher gepinkelt? Level 505. Was stimmt hier nicht? Und ich sehe hier eine Säge in dem Baum. Und bisher stimmt hier alles ganz locker. Aber, Leute. Ich würde mal sagen, Digga. Wir machen daraus einfach eine Axt, oder? Machen wir daraus eine Axt? Nö. Wir sollen daraus eine Säge machen. Dann müssen wir das Ding vielleicht so malen. Nö. So malen? Auch nicht. Hm. Wir sollen eine Säge malen, ja? Eine Ewigkeit später. Okay. Wir nehmen mal die Säge hier weg. Machen mal das... Ach, warte mal ganz kurz. So sieht eine Axt aus, meine Freunde. Ja. Und das sieht man hier auch schon. Also, alles ganz entspannt. Weiter geht's. Finde den Tiger. Sag mal. Mach mal die Löwenbeene hier. Och, Mensch. Ist das niedlich. So ein süßes Tiger, Baby. Okay. Das ist cool. Weiter geht's. Wische die Tafel sauber. Oh, nee, Leute. Wer kennt's noch aus der Schule? Ich habe heute Tafeldienst. Ich muss das alles wegwischen. Digga. Ich hasse Tafeldienst. Immer Freitag, wenn alle gehen dürfen. Du musst die Tafel wischen. Gar kein Bock. Wer fühlt es, Leute? Hashtag Tafel in die Kommentare. Entspann. Finde den Jung. Und wir haben hier einen Jung in einem Zelt. Nö, das war ein Witz. Der Junge ist oben im Baum. Auch nicht, Digga. Dann ist der Junge in dem Kajak. Und der hat gar keinen Bock auf das Zeltlager. Schnell weg. Auf welche Zahl wurde gesetzt? Wir haben aktuell die drei. Hier. Check ich nicht. Restauriere das Gemälde. Picasso. Und ich glaube, das war irgendwie ein Schlaflied, was ich gerade gesungen habe. Egal, Bild sieht gut aus. Weiter geht's. Löse das Beispiel. Fünf plus neun gleich acht. Fünf plus drei, mein Bester. Wir machen mal dieses Streichholz hier weg. Und zack, Digga. Haben wir die acht drinnen. Alles auf Easiness. Hilf dabei, den Apfel zu holen. Apfel. Gewicht. Gewicht weniger. Eins. Ähm. Ja. Ja. Digga. Ähm. Easy going. Gewicht raus. Apfel da. Lösche das Überflüssige. Wir haben hier oben irgendwas, was ich nicht kenne. Nö. Aber das. Warte mal. Das kenne ich nicht. Was ist das denn gewesen? Das war ja irgendwie ein siebter Kontinent. So nach dem Motto. Wische die Gläser aus. Und ich wisch die Gläser und es sieht sauber aus. Und jetzt sehen die Gläser sauber aus. Hinde den Wolf. Das ist auf jeden Fall. Oh nein. Alter. Baby. Baby. Hallöchen. Frauen mit dem Wolfs-Tattoo auf dem Rücken, Digga. Der Ass, Alter. Schmeckt, Digga. Ich will nicht so weit ins Detail gehen, aber ich muss mal ganz kurz einen Anruf tätigen. Sorge dafür, dass es passt. Wir haben hier den Hund, der zu viele Flecken drauf hat. Und das passt dann. Aber der Hund ist irgendwie gar nicht so gut drauf. Tut mir echt leid, dass du so fleckig bist, Alter. Sieht scheiße aus. Ich weiß. Ist dann so. Was verbirgt sich hier? Äh. Okay. Wir wischen. Und ja. Das ist ein Einhorn. Ein Einhorn verbirgt sich. Hä? Entschärfe die Bombe. Oh mein Gott. Verdammt. Äh. Mach das Feuer weg. Oh. Das war knapp, Leute. Alter Schwede. Ich habe hier fast mein PC in die Luft gejagt. Stellt euch das mal vor. Das kannst du nicht ausmalen. Erschaffe eine Skulptur. Ladadie. Ladadam. Ladadie. Oh Baby. Und da guckt der Piva. Hast du dir seinen Blick reingezogen, Alter? Erstmal so. Rasiere das Bein. Boah. Ey. Äh. Okay. Äh. Also die Sachen werden aber auch immer skurriler. Wecke den Tintenfisch. Und ich sage euch, der Tintenfisch ist... Hier. Oha. Sah aus wie so eine, äh, Friese von einer Meerjungfrau. Mann. Auf einmal ist es der Überquallen. Finde die Musiknote. Und die habe ich definitiv schon... Äh. Okay. Äh. Ja. Warte mal. Äh. Ich habe eine Idee. Ich habe eine gute Idee. Locker. Locker easy, Digga. Musikalischer Dennoch. Schraube die Lampe ein. Was zur Hölle geht denn da ab? Yo. Digga. Muss ich los? Hallo Frau mit einer absolut heftigen Oberweite. Oha. Der Typ hier. Alter. Der hängt hier in seinen Latschen, Digga. Sieht aber auch wie so ein Pennerverein hier. Wie so in so einer Bumsbude. Jetzt sollen wir die Lampe da irgendwie reinschrauben. Jetzt müssen wir echt mal gucken, wie wir das machen, ne? Also, ähm, ja. Die geht da hier die Leiter hoch mit dem, äh, Dingsi drauf und so. Und der Typ. Pass mal auf. Ich habe eine Idee, Digga. Ich habe eine Idee. Wir machen die Leiter weg. Die Frau fliegt. Der Typ ist drin. Und hängt da erst mal fest. Und ich weiß nicht. Also, zehn Jahre jünger und ich hätte die zu mir nach Hause eingeladen. Wo soll das Schloss hin? Hm. Wo soll das Schloss hin, Digga? Das soll ja eigentlich an den Koffer, ne? Also würde ich mal sagen... Hä? Lösche das Überflüssige. Oh, nö. Warte mal kurz. Disding. 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 Rot. Na, siehst du, ne? Gleich ein Einhorn. Ja, also es sieht so aus, aber ich finde er auch irgendwie nicht. Schalte die Lampe ein. Oh mein Gott, Lampe. Es tut mir so leid. Was sollen wir nur tun? Wie schalte ich denn mal am besten die Lampe ein, Leute? Das ist jetzt... Eine gute Frage. Finde das heiße Teil. Oh, wow, wow, wow. Für alle Fälle muss ich einmal die Aufklärungssonnenbrille aufsetzen. Denn wir sollen aufklären, heiße Teile zu finden. Wow, da habe ich mich aber absolut verguckt. Ähm, okay. Also, Baby. Woohoo! Digga, ich habe hier zwei heiße Schnitten auf 12 Uhr. Also, Freunde. Was würdet ihr nehmen? Links, Mitte, rechts, oben. Digga, so ist am besten. Links, Mitte, rechts oder oben. Ich weiß eh, was ihr nehmt, Leute. Enttäuscht mich nicht. Und wir gehen weiter. Was stimmt hier nicht? Wir haben drei Pinguine. Die sind alle scheiße aus. Ich habe keinen Bock auf die Pinguine. Das ist ein Wolf. Digga, was ist denn das für ein Pinguin? Finde das Auto. Was? Aha, okay. Wir haben hier eine Glatze mit dem Kamm. Alles locker. Da ist ein Auto auf der Glatze. Das letzte Level. Öffne die Flasche. Und ich würde sagen, da ihr heute rein abonniert, wir haben hier 21.000 Abonnenten durchbrochen, machen wir die Flasche Champagner auf irgendwie. Jawoll! Okay, wovon träumt sie? Wir gucken erst mal, bei ihr ist alles toppy. Und sie träumt von einem starken Mann und fängt an zu sabbern. Hier bin ich! Okay, ich weiß. Oh Gott, ich will das nicht sehen. Er hat Schmetterlinge im Bauch. Oh, das bedeutet, er ist verliebt, Leute. Das ist wirklich schön. Wer wird die Kontrolle nicht passieren? Ich denke, die Omi. Oh, die Omi hat eine Knarre unter ihrer Perücke. Und fängt dumm an zu lachen. Also Leute, passt auf, dass die Mafia-Oma nicht kommt. Hilf ihnen beim Küssen. Liebesmeister Denno ist dabei. Und ich werde diese Brille aufsetzen, weil es etwas mit Liebe zu tun hat. Wir werden die Nudeln ein wenig dezimieren. Und schon küssen sie sich. Viel Spaß in der Kiste. Falls es nicht so gut läuft, ruf mich an, Baby. Ich muss los. Finde einen Ausgang für den Hund. Och, Mensch, Hundi, da hast du dein, da hast du dein, Junge, da hast du deinen Ausgang. Und jetzt geh raus. Geh. Los, Bello, mach Sitz. Bello, roll dich. Bello, mach gar nichts. Fein, Bello, fein. Leute, wer findet, dass ich ein Hundeerzieher bin? Hashtag Bello in die Kommentare. Enttäusch mich nicht. Finde die Wasserflasche. Bro, da ist ein Gin-Dingsi. Und der gibt dir eine Wasserflasche. Easy, das haben wir schnell geklärt. Der war fast einmal trinken, Leute. Äh, am Verdursten. Wasche das Geschirr ab. Wuhu, wuhu. Fred Feuerstein. Ähm, oh, ja, Mann. Hallöchen, Alter. Ich würde sagen, komm mal mit dem Elefanten rein und mach mal richtig Arbeit. Und Digga. Also die würde ich auch mitnehmen, wenn die sauber ist. Meine Brille. Was ist denn mit meiner Brille passiert? Junge, das sieht doch voll scheiße aus, oder was? Welche Wassermelonen wird er wählen? Oh Mann, ich hab die Brille schon wieder repariert, Leute. Gott sei Dank. Und wir müssen mal gucken, welche Wassermelonen er wählen wird. Denn ich glaube, du wirst diese Melonen wählen. Und sie ist voll sauer. Finde Essen für ihn. Ja, wir gucken mal. Also anscheinend hat er hier überall Essen und gar keinen Bock zu spielen. Und ja, also er hat jetzt auch Besteck. Also, hä? Oh, das sieht aber auch voll lecker aus. Ey, wer hat jetzt auch Bock auf so ein geiliges Menü, Leute? Hashtag Essen in die Kommentare. Und ihr könnt ja sogar noch mal reinschreiben, was ihr davon am liebsten jetzt essen würdet. Ne, das ist eine Pizza, ein Eintopf, Hähnchen oder Kuchen. Ey, ich bin halt für Hähnchen. Ich sag euch, wie es ist. Er ist erwachsen. Aha. Er ist also erwachsen. Dann mach doch mal die Babyflasche weg, du Lapp. Ah ja, nee, nee. Also, wir machen die Babyflasche weg, aber er hat noch sein Glas Milch. Mann, was für ein Loser. Was hat er dabei? Dieser Typ hat irgendwas dabei und guckt schon so komisch. Oder? Ist das ein Salomaso-Set? Schnitt. Beseitige die Verstopfung. Oh, Baby, ich weiß, ne? Du siehst vielleicht ganz geil aus und so. Aber ehrlich, ey, also das Klo kannst du alleine nicht sauber machen. Boah, ist das ekelhaft. Ja. Oh, oh. Jetzt können wir wieder reden. Denn Hallöchen. Nee, ich mach mich auf die Socken. Also mit deinen Flügeln und so. Das wird mir ein bisschen zu stressig. Was stimmt hier nicht? Der Weihnachtsmann ist der Grinch. Du bist der Grinch. Was ihn umbringen. Lösche das Überflüssige. Wir haben hier so ein Puschelschwänzchen. Nö, ähm, warte mal. Nö. Ja, warte mal. Also der Schwanz ist ja nicht einfach einen Ticken zu lang. Auch nicht. Vielleicht muss der ganz weg. Ja, es ist ein kleiner Wauwau. Aha, aha. Ein kleiner Hundi. Na, Mensch. Rette das Mädchen. Oh mein Gott. Geheimagenten-Sonnenbrille. Es geht los. Baby, danach treffen wir uns bei mir. Denn ich bin Me. Denomé. Gelange zum Haus. Wir haben hier ein Haus mit, äh, mit so einem Segel und so. Ähm, eigentlich müssten wir das Segel hier wegnehmen, damit wir da hinfliegen können. Leute, also schwimmen, ne? Ich bin ja aus Norddeutschland. Ich kenne mich mit dem Wasser aus. Ganz klar. Wer fängt den Fisch? Ja, das ist eine gute Frage. Da ist ein Angelhaken und da ist ein Fisch. Oh mein Gott. Und eine Katze. Kluges Biest. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wer kontrolliert die Puppen? Anscheinend, äh, eine Ziege. Okay. Verhinder hier die rote Karte. Ja, ich mache sie einfach weg, Mann. Und mache ein Selfie von dem. Locker. Jeder Schiedsrichter. Kennt es. Finde einen Skatepark für ihn. Okay. Wir könnten eine Ramp auf jeden Fall bauen. Ich weiß ja nicht. Ah. Ich habe eine Idee, Leute. Seht ihr das? Wenn wir den Mond hier so, weil der Schatten halt da ist, können wir so einen Halbmond daraus machen. Und schon hat er seinen Skatepark und kann hier auf entspannter Basis zocken. Finde die Ente. Die ist hier drin. Die ist hier drin. Aha. Da ist die Ente also drin. Okay. Wer ist der wirklich? Ja, das ist die Frage. Was ist das für ein Clown, ne? Oh mein Gott. Das ist ein Pantomime-Spieler. Kennt ihr den, Leute? Ich mache nach. Auf professionell. Ich will nicht wissen, wie behindert das ausgesehen hat. Wer hat die breitere Brust? Holy Moly. Ich habe die Sonnenbrille auf. Boah. Okay. Das ist möglicherweise die heißeste Situation, die wir hier jemals gehabt haben. Denn es geht darum, Brüste zu bewerten. Ah ja. Also objektiv gesehen, Digga. Ich finde die braunhaarige einfach besser. Muss ich sagen. Die sieht natürlicher aus. Mit diesem blonden Augenbrauen und so feiere ich nicht. Also Baby, schon mal gut. Ähm. Was ist das hier? Bitte enttäuscht mich nicht, Mädels. Was hat die Blonde zu bieten? Alles klar, Baby. Oh, scheiße, Mann. Digga, da muss ich aber ganz direkt los. Ich rufe sie beide an, denn mir ist es scheißegal, Leute. Leute, ich würde sagen, das Ding ist klar, Digga. Wir machen weiter, denn ich muss mich hier einmal kurz akklimatisieren. Finde ein Ziel für den Vogel. Okay, wir haben jetzt hier ein Ziel für den Vogel. Und, äh, ja. Der Typ kann jetzt erstmal Angst haben, denn der Vogel wird darauf scheißen. Sende den Brief. Na, mach dich mal. Na, mach dich mal auf die. Na, mach dich mal auf die Socken. Wir müssen alles wegradieren. Hä? Macht gar keinen Sinn. Ah, ja. Okay, dann halt so. Was sind das eigentlich für Augen? Moin. Was hat die Katze gefangen? Die Katze hat ein Dino gefangen. Katze, verpiss dich, Alter. Okay. Die Katze, äh. Dass die Katze da auch immer mit allen Sachen spielen müssen, ne? Ich hatte mal so eine Katze. Die hat ja einfach eine Ratte. Und die Ratte hat einfach gelebt. Und läuft da einfach so mit der Ratte im Mund. So einfach ganz entspannt. Was geht denn ab? Was macht sie da? Das ist eine gute... Ja, sie schiebt den Kinderwagen. Da ist sie leider zu früh schwanger geworden. Tut mir echt leid. Finde die Trommel. Wir haben hier eine Trommel oben. Und der schlägt dem Typen da erstmal drauf. Und der hängt da... Oh, Mama Mia, Scooby, bitte lassen Sie das. Spiele dem Gast einen Streich. Okay, ich spiele dem Gast einen Streich. Wir haben hier, äh, den Gecko. Wir haben den Gecko hier. Ähm, hallo? Wow, 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 wow. Wir machen weiter. Also, das will ich nicht sehen, okay? Oh, Mann, ist das widerlich. Bürste das Haar. Ah, ja, wir sollen also jetzt das Haar bürsten. Ähm, warte mal. Da machen wir dann eher... Wir machen sowas hier, Leute. Easy going. Und da haben wir selbst für die Halbklatze einen Weg gefunden, ihm die Haare zu kämpfen. So, mein Bester. Was geht denn hier ab? Mal gucken. Rette ihn. Junge. Das Gamer, ich blick. Ja, das war gerade irgendwie ein bisschen Leggy-mäßig. Aber gut, äh, jetzt sind wir auf jeden Fall gut im Film, Leute. Äh, machen Sie glücklich. Na, das kenne ich doch irgendwoher. Ich guck mal, wie der Al hier läuft. Also, glücklicher ist der Kaktus. Ja, so. Bäh. Aber anscheinend sollen wir ihm erstmal den Kaktusbumster wegnehmen, dass sie sich umarmen können. Irgendwie auch ein bisschen süß, muss ich schon sagen. Wie funktioniert das? Ja, da bin ich ja mal gespannt. Äh, was ist das denn? Das ist ein Anspitzer? Ist das eigentlich ein Biber da drin? Ah, ja. Okay, ja, dann würde ich doch sagen, Leute. Hol ich mir doch am besten einen Anspitzer mit einem Biberantrieb. Finde den Strauß. Hm, wir gucken mal hier rein. Ja. Sag mal, was ist das denn? Was ist das? Oh, Alter, hab ich jetzt Bock auf Chicken Wings. Wer auch, Leute. Finde den Strauß. Ja, unterm Kaktus oder? Ja, war so klar, Leute. Ja. Oh, hier. Kannst du den Hintern gleich angucken. Digga, die Augenbrauen. Wie ihr gesehen habt, Leute, ich habe neue Friese auf Krise. Also ist echt geil. Ich finde die mega gut geworden. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr meine Frisur so findet, ob sie euch gefällt. Ähm, ich finde, Digga, Mohamed hat gut gemacht. Rette vor der Hitze. Wollen wir mal Fenster auf hier, ne? Bisschen Cabriolet-mäßig. Entspannt. Haha, guck dir mal den Hund an mit seiner Zunge. Äh, äh. Die rechte Hand soll verlieren. Gucken wir mal. Ich würde sagen, Leute, Schere schlägt nicht Stein. Alles entspannt. Alter, was siehst du? Baby. Oh, da muss ich aber mein Vergrößerungsglas einmal nehmen. Oha. Ayos, Mios, sind das ein paar nice Pracht. Äh. Ja, gut. Äh, lassen wir das. Oh, 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 da ist ja, da ist ja noch mal was. Oh, Leute, was geht hier denn? Was geht hier denn? Also, also, Sammer. Also, Sammer. Erklimme den Berg. Äh, ja, Leute, pass mal auf. Also, aus rein logischem Menschenverstand würde ich sagen, der, wir machen die Spitze immer ein bisschen weniger, machen den Berg mal eher so, weißt du, ich mein? Und dann ist das Ding auch ganz locker. Easy. Was stimmt hier nicht? Auch nicht schon wieder die Sanduhr. Leute, guckt euch mal die Sanduhr an. Er so. Mein Bauch. Es ist alles draußen. Finde den Clown. Ah, ja. Ey, Leute. Also, das ist ja wohl, äh, ne? Also, das geht ja wohl gar nicht. Wir lassen lieber so, weil sie... Oh, ne, oh, Mann, der Bart, der hat alles ruiniert. Nö, hier ist ein Igel, Leute. Ähm, warte mal ganz kurz. Da ist doch der Wolf. Hier oben drin. Entspannt. Was stimmt hier nicht? Oh. Ja. Also, irgendwie fühle ich das, ne? Okay. Also, wir haben jetzt folgende Möglichkeiten, denke ich. Wir können mal am Spiegel gucken, was da so geht. Was ist das denn hier? Dann machen wir mal lieber den Bauch weg, würde ich sagen. Boah, das war auf jeden Fall komisch. Alter! Beruhige die Katze. Okay, okay, warte kurz. Warte, ich mach die Katze weg. Ja, ne, das hat irgendwie nicht so gut geklappt. Ähm. Wenn der Holzfäller rauskommt, ja, dann ist okay, oder was? Lösche die Trauer. Ja, Trauer, weg mit dir. Siehste? Ganz lockeres Ding. Also, das war ja wohl easy. Heitere die Erde auf. Oha! Wenn die Erde hier Stress vom Mond kriegt. Du, warum bist du denn mit der Sonne immer so viel? Tut mir leid, Schatz. Aber du bist so grau und, und hast keine Augenwimpern. Wir rasieren sie weg. Und die Sonne, die gibt der Erde so richtig, um. Digga, wie cringe ist denn das, Mann? Level 68, beruhige das Mädchen, Baby. Da muss ich mein Vergrößerungsglas aber tatsächlich nochmal anwenden. Oh, wow, 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 wow. Wir haben hier... Eios, Mios, zwei richtig dicke Oschis auf 12 Uhr. Oha! Äh... Äh... Digga, das sieht aus, ne? Das sieht aus, als würde die da grad was ganz anderes machen. Wer hat die Wassermelone gestohlen? Wow! Das sind aber die ganz anderen Wassermelonen hier. Und ich mein nicht die beiden hier, sondern, äh, ne? Alter Schwede, leck mich am Zückerli. So, ich sag mal so. Ich weiß, dass hier die Wassermelone drin ist im Teddy. Aber ich will sehen, was hier geht. Die hat einen Ballon. Okay, die fake ihre Schwangerschaft. Ah, ja. Was sind das hier für Melonen, bitte? Das sind ja richtige Melonen. Alter Schwede. Die sieht aber auch so aus, als... Und der hier? Ey, ich dachte, es wäre echt der Teddy gewesen, ne? 12 minus 8 gleich 4. Genau, Leute. Entspannt. Erschrecke das Mädchen. Baby. Du schon wieder. Okay. Leute, das wird jetzt sehr, 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 sehr erotisch. Wir müssen jetzt genau gucken. Oh, 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 Baby. Und, äh, guck dir das mal an. Also, der Typ, oh, wow. Der will dich. Und wir, Leute, wir, geht respektvoll mit Frauen um, okay? Jokes machen, alles cool. Aber Frauen immer mit Respekt behandeln. Und den Typen würde ich so einen sehen. Er würde diese... Faust der Gerechtigkeit... Bekommen. Was verbirgt die Katze? Hm, wir gucken mal. Ähm, ja. Was verbirgt die Katze? Also, ein Fisch, äh, so Goldfisch-mäßig und so. Okay. Also, ein Goldfisch. Naja. Mache es so wie auf dem Foto. Ich würde sagen, dann nehmen wir... Das hier runter. Genau. Also, du hast aber auch brutale Lippen, oder? Die Silikonlippen sind jetzt aber komplett krank unterwegs. Na gut. Welches Detail fehlt? Naja, ich muss das erstmal nachmachen. Kann das einer von euch? Der, ist es eigentlich der Wolf? Ist es eigentlich der Wolf? Au! Also, ich würde sagen, wir machen mal den Schatten hier so rein. Genau. Es sieht aus wie ein Wolf, ne? Leute, falls ihr noch nicht wisst, wie der Wolf geht. Ey, ganz im Ernst, wer hat es gerade zu Hause nachgemacht? Hashtag Wolf in die Kommentare. Hilft der Schildkröte zu siegen? Ja, würde ich mal sagen, der Hase kriegt keinen Roller mehr, ne? Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, machen wir die Ziellinie weg da, ne? So. Tschüssi. Entspannt. Hilft beim Auto aus. Opi ist wieder richtig am Flippen. Brudi, ich mach mal den Stein vom Auto. Alter, was hast du da denn mitgemacht? Oha! Sag mal, Opa! Was willst du total nicht machen? Och manch, Opa, das wollte ich doch jetzt nicht sehen. Rette die Oma vor dem Tod. Ja, wir gucken mal. Äh, wir können nur was am Tod machen. Die Sense machen wir weg. Nö. Es ist der Opi, Leute. Wer kennt ihn nicht? Nicht drauftreten. Oh, mach die Legos bloß weg. Mach die Legos weg, bitte. Das tut so weh, Leute. Ey, ich bin auch schon mal Legos eingetreten. Und das war nicht cool. Hilft der Schildkröte erneut zu siegen? Okay, jetzt müssen wir genau gucken. Wir haben hier so ein kleines Loch. Und tschüss. Ja, also der hätte da ruhig reinfallen können, ne? Lockeres Ding. Und hier. Putze die Zähne. Hm. Ist das eigentlich eine Klobürste? Leute, ist das echt eine Klobürste? Ich hab ne Idee. Perfekt. In den Buchstaben P und Easy Gold. Lösche das Überflüssige. Wir haben hier einen Koffer mit ziemlich vielen Sachen. Kohle ist hier auch drin. So eine Uhr sehe ich hier. So ein Gürtel ist auf jeden Fall am Start. Das Portemonnaie passt auch rein. Die Krawatte auch. Das iPad sogar. Die Sonnenbrille auch. Stecker ist hier drin. Aber das Smartphone. Okay, das gehört auch rein. Aber das Passport nicht. Nope. Ja, bin ich blöd oder wat? Sag mal. Ey. Warum mach ich mir eigentlich so eine richtig brutale Arbeit, Leute? Brauch ich doch gar nicht. Das Notizbuch ist halt Bullshit. Wer will denn Notizbuch mit in Urlaub nehmen? Löse das Beispiel. 2 plus 3 gleich, ähm, warte, 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 gleich, nope. Hm, ja. Ne, ja, 5, Digga. Alles entspannt. Okay, easy going. Hilft der Birne beim Abnehmen? Alter, was haben sie denn mit dir gemacht, Bruder? Ja. Oha, der steht an der Körper. Yo, aber du musst ein bisschen am Bizeps trainieren. Bro, da müssen wir nochmal ein bisschen was machen. Finde das Paar. Wir haben hier Pommes, äh, Blume, Sonne. Aha, okay. Finde das Paar. Was ist mit den Pommes hier passiert? Oh. Aha. Guck mal. Ach, wie niedlich. Ey, der freut sich ja echt einen Keks, ne? Beide sind füreinander geschaffen. Setze das Puzzle zusammen. Wir haben hier das Puzzle. Ähm, das hier passt auf jeden Fall gar nicht. Also, das können wir auf jeden Fall schon mal wegmachen. Hä? Wir sollen das... Ach so. Aha. So passt das. Und jetzt haben wir das Puzzle mit den 1000 Zwergen. Was stimmt hier nicht? Wir haben ein Flugzeug mit, äh, Fledermausflügeln. Hehe. Was ist das denn, alter? Bad Flugzeug. Leute, also, wer auch mal Bock hätte auf ein Bad Flugzeug, Digga? Hashtag Batman in die Kommentare. Finde den Pinguin. Ja, also, den brauche ich nicht finden. Der ist ja schon da. Finde die 5. Ah, ja, wir haben hier irgendwie schon wieder so... Wir sollen die 5 finden. Okay. Wir machen mal am besten irgendwie so mäßig. Digga, ich wische jetzt einfach diesen Typen komplett weg. Und das war da unter. Ich wurde so verarscht. Ach, egal. Weiter. Erstelle die Zahl 69. Was ist das denn, alter? Mathematikkurs oder was? Da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Ja, keine Ahnung, ey. Wir sollen 69 erstellen? Ja, dann... Pass auf. Ich habe eine Idee. Ich habe eine gute Idee, Leute. Ich werde jetzt nicht hier Plus nehmen. Wir müssen uns von der Mathematik lösen. Lösen, ja, ist das eine Verarschung. Oh mein Gott, ist das eine Verarschung. Wir müssen eins nach dem anderen wegmachen, oder? Nee, okay, also 22 plus 18 sind 40, plus 35 passt hier auf jeden Fall erst mal ins Bilde. Wir müssen auch Minus nehmen, heißt also 40, minus 19 sind 21 und dann... Nee, also das macht ja alles gar keinen Sinn. Dann würde ich mal sagen, minus 19 kann weg und so passt es. Easy. Warum eigentlich 69? Wer hat ihn verstanden? Finde die zwei. Also jetzt muss ich hier aber ganz schön viel finden. Wir haben hier doch diese zwei, ne? Also deswegen können wir ja so ein bisschen hier so und vor allem das hier so wegmachen. Und zack, Digger, habe ich die zwei einfach rausgelesen. Öffne die Tür mit einem Schlüssel. Ich öffne sie mit einem Schlüssel. Nope. Was ist das denn? Da sitzt ja einer auf Klo. Ich brauch Digger keinen Schlüssel. Der Typ sitzt am Kacken, Mann. Kriegt keinen raus. Setze den Sandsack zusammen. Okay, also oben Patrone auf jeden Fall schon mal weg. Patrone weg. Und das Ding machen wir weg. Und zack, haben wir einen Boxsack. Ey, ich feier einen Boxsack. Da hätte ich echt Bock drauf. Lösche das Überflüssige. Wir haben einen Schraubenschlüssel mit hier so Schrauben drin. Lösche das Überflüssige. Äh, was müssen wir denn am besten... Ich glaube, wir brauchen nur eins davon, oder? Brauchen wir nur eins davon? Ja. So gehört sich das. Lockeres Ding. Gelange zum Geschenk. Okay, wir haben hier also ein Geschenk, Leute. Ähm, der Typ will jetzt hier irgendwie so durchlaufen. Also sollen wir das jetzt irgendwie... Warte mal ganz kurz. Ach. Wir löschen einfach das Labyrinth daraus. Genauso werden wir das machen. Geh einfach da hin. Siehste? Ganz entspannt, Leute. Wärme das Mädchen auf. Hallöchen, süße blonde Haare. Roter Lippenstift. Also, da sehe ich mich. Okay, wir werden uns den ganzen Aal mal an... Baby. Oh, scheiße. Der hängt das Schnodder aus der Nase, ne? Äh, gut. Ich glaube, da rufe ich heute mal nicht an. Aber schick sieht es halt schon aus. Ich muss mal telefonieren. Lösche das Überflüssige. Das kommt hier irgendwie alle sechs Mal vor, gefühlt. Ähm, der Walkman, der tut mir echt leid. Aber, warte mal. Die CD ist richtig Loser. Verpiss dich, CD. Ja, jetzt sieht es auch schon mal viel besser aus, ne? Findet die Banane. Junge, das sieht so bescheuert aus mit dem Schnabel. Ach, das passt schon. Die Banane ist auf jeden Fall am Start. Das war easy. Was macht der da? Ähm. Junge, der Typ hat mehr Geld als ich, Alter. Gönn die Money Gun. Wer hat das Vogelhaus gebaut? Ähm, ja. Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, es war der Pinocchio. Und, hä? Warum macht er sowas? Ich hab hier noch einen, Digga, ich hab hier noch einen Schein einfach in der Aufnahme. Ups. Hehe. Wer ist der Torwart? Und, ja, also. Es ist Jason. Es ist Jason mit dem Messer. Oh mein Gott. Schnell weiter. Mundere sie auf. Also, das hier sieht aus nach Scheiße. Ganz ehrlich, du siehst aus wie Scheiße. Und, ja, jetzt ist das ein Hippieladen, ne? Also, kann man so machen, muss man aber nicht. Besorge Feuer, Baby. Das Feuer kannst du dir bei mir direkt abholen. Das gibt's mal in einer entspannten Bestellung. Wir werden hier, äh, wir müssen die Flagge auf jeden Fall mal weg machen. Wir machen noch mal ein bisschen mehr so. Ah, ja. Und jetzt haben wir Feuer. Und der Süße ist warm. Das heißt, sie zieht sich gleich aus. Wer wohnt im Iglo? Das stellen wir mal fest. Es ist der Iglo-Meister. Alter, Eskimo for real. Woher kommt das Schneeglöckchen? Äh, ja. Ähm, ah ja. Der Bär pflanzt das von unten anscheinend ein. Ist doch klar. Easy. Decke ihn. Okay, okay. Haha. Digga, decke ihn. Jeder denkt, man muss so ein Schild davor halten. Er macht einfach eine Decke rauf. Jetzt ist er gecovert, Leute. Rette den Fan. Oh mein Gott. Der hat hier eine Schlägerei mit den Hooligans. Und was soll... Was passiert hier jetzt? Digga. Oh mein Gott. Was machen wir da? Ah ja. Wir kleiden ihn ganz schnell um. Und schon ist er einer von ihnen. Digga. Und so läuft das im Fußball. Sende ein Notsignal. Oh mein Gott. Wir sind mitten auf dem Meer. Und wir wissen nicht, was wir machen sollen. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen WLAN. Äh, hab ich das Gefühl. Und, ähm, ja. Wie gehen wir das denn jetzt am besten an? Hm. Wir brauchen irgendwie... Vielleicht in dem Bereich... Nee, müssen wir irgendwie... Warte mal ganz kurz. Ich glaube... Okay. Ich werde jetzt hier einen kleinen Einschnitt vernehmen. Ach so. Kann man das natürlich machen. Oh Leute. SOS. Das Notsignal ist draußen. Wir können weg vom Meer. Gott sei Dank. Sag mal. Die sind mir gar nicht aufgefallen. Baby. Wo sind deine Kinder? Lass es mich sehen. Aha. Aha. Moin Leute. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von... Delete One Part. Ja Leute. Wir spielen heute wieder eine Runde Delete One Part. Und checken uns mal die neuen Levels rein. Ihr wisst genau, wie es läuft. Wir gucken rein. Mischen weg. Und es werden wieder nackte Weiber kommen. Okay, war ein Spaß. Leute. Alles entspannt. Aber Dating-Experte Denno ist auf jeden Fall dabei. Wenn ihr Bock auf die Folge habt, lasst ein Like da. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich gucke mir den Zombie an. Und wir sehen uns drin. Leute. Ich habe eine entspannte neue Sonnenbrille gekriegt. Und wie ihr sehen könnt. Ich bin jetzt der gute Denno. Okay. Wir gucken uns den ganzen Aal jetzt erstmal an. Und wenn hier gleich ein paar Weiber sind. Dann müssen wir hier ein bisschen umsteigen. Also let's go. Was ist hier mit dem Arm da? Lasse die Ballons los. Jo. So geht's halt, ne? Entspannt. Wir gucken mal weiter. Was geht hier denn vor? Was geht hier denn vor? Holy moly! Hallo, Baby. Na, was geht denn hier ab? Oha, oha. Sag mal. Hast du ein Problem damit, wenn ich heute Abend vorbeikomme? Hilf beim Selfie. Also der ist hier irgendwie so ein Hammer oder so. Und ja, anscheinend einen übel fetten Bart. Aber Leute, guck mal hier. Hast Selfie auch früh bestellt. Ganz lockeres Ding. Wir gucken mal weiter. Finde einen Kugelfisch. Hallo? Da ist ein Haken. Boah, nein. Jetzt können wir nicht mal sehen, was in der Truhe war. Ich bin so sauer. Isst den Honig. Okay. Tschüss, mein Bester. Tschüssing. Du bist am Arsch. Ach nö. Die Bienen haben ihn gestochen. Leute, wer hat auch so Angst vor Bienen wie ich? Ich wollte damals, muss kurz dazu erzählen, ich wurde damals von sechs Bienen im Rücken reingestochen. Einfach so bzzz, bzzz. Gar kein Bock. Ich sag's ehrlich, gar kein Bock. Hashtag Biene rein, wer auch Angst vor Bienen hat, in die Kommentare. Erschrecke das Mädchen. Oh, hallo, Baby? Nein, und ich dachte... Bäh. Digga, spiegelt sich eigentlich mein Setup wieder in dieser Brille? Auf ganz entspannt. Okay, wir gucken weiter rein. Hilft dem Bus bei der Durchfahrt? Ja, das kennen wir doch schon. Wir machen mal den Doppeldeckerbus zu einem normalen Bus. Okay, gönnt euch, Leute. Was hat der Tätowierer gezeichnet? Okay, Leute, also, der Tätowierer zeichnet einen Löwen, okay? Wir gucken uns jetzt aber an, was der in... Stellt euch mal vor, Mann, du gehst zum Tätowierer, willst dieses Löwending da haben. Und dann ist es aber das hier. Also, ganz im Ernst, also, nee. Ey, Leute. Will mir jemand ein Tattoo raufziehen? Was hat er zu verbergen? Samma! Opa! Ist du da gerade im Garten oder was, Junge? Wir machen Brille nochmal auf. Was ist denn das hier, okay? Die Muddy auf jeden Fall. Was ist das? Der Gartenschlauch. Na, was auch immer das hier in diesem Baum ist. Finde sein Motorrad. Okay, okay. Also, der Biker hat hier ein Motorrad. Ähm, okay. Also, es sieht so, als wäre das der Bob gewesen, oder? Jo, gönnt... Weiter geht's. Finde den Schatz. Segel setzen. Wir gehen rein. Habe ich irgendwo eine Augenklappe, Leute? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nee, habe ich, glaube ich, nicht. Aber wir improvisieren. Wir improvisieren. Alles klar, ihr Landratten. Let's go. Ja, vollo. Gönn dir. Ja, ich will auch einen Schatz finden. Och, Mann. Befreie sie. Weg da mit der Zahnspange. Ey, ich hatte auch eine Zahnspange damals, Leute. Übel Scheiße. Die Zähne direkt auseinander. Öh. Wer hat da auch eine Zahnspange von euch? Schreibt es mal gerne in die Kommentare, wer eine Zahnspange hat. Und vor allem, wie lange habt ihr schon eine Zahnspange? Meine hatte ich, glaube ich, so zwei Jahre. Zwei, drei Jahre so. Ja, kommt hin. Baue eine hübsche Hülle. Wir machen hier ein kleines D rein. D für Denome. Hey. Das ist ganz schön hübsch, finde ich. Dann machen wir wohl ein C für meine tolle Community da rein. Boah, das ist aber ein cleanes C. Auch das nehmen die nicht. Ja, dann... Boah, okay. Dann machen wir halt so. Auch nice, Digga, die Handyhülle. Finde ich sogar gar nicht mal so schlecht. Finde einen Skatepark für Sie. Leute, das sind die Ameisen aus der Hölle. Und die wollen in einen Skatepark. Ja, das können wir irgendwie klären. Ich mach mal hier so den. Also machen hier so ein bisschen das hier weg. Und guck dir mal an, Alter. Ist das eigentlich Tony Hawk Pro Ameise? Ja, moin. Brauchst du noch meine Brille oder was, Bro? Wow. Frühstücke im Bett. Hallo, Baby. So ein Ding ist das also. Ich würde sagen, nimm mal hier mal die Decke weg. Und dann komm ich aber direkt mal vorbei, oder? Was meinst du? Okay. Wow. Okay. Er frühstückt alleine im Bett. Sie hat so einen Korb gekriegt. Alter Schwede, der tut mir so leid, der Typ, weil der gleich tot ist. Wir haben ein paar Level übersprungen, wie man sehen kann. Und sind jetzt wieder da, wo wir eigentlich auch sein sollen. Und Leute, wo sind Ihre Kinder? Sag mal. Die sind mir gar nicht aufgefallen. Baby. Wo sind deine Kinder? Lass es mich sehen. Aha. Digga, da muss ich aber ganz schnell los jetzt, ne? Finde die Katze. Äh, ich hab so den Eindruck, die Katze ist unter ihrem Bauch, ne? Ja. Da ist sie. Und alter, die sieht eigentlich auch gar nicht so schlecht aus. Mhm, mhm, mhm. Rette den Biber. Ach, Biber, Mensch. Ich mach mal deine Zähne ein bisschen kleiner, oder? Was meinst du? Joa, guck mal, das läuft. Leute, ich bin doch tierlieb. Easy going. Zu heiß. Also der Typ ist auf jeden Fall nicht so heiß, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Machen wir mal die Sonne weg. Ja, das ist arschkalt jetzt, ne? Mit deiner komischen Bemalung hier. Und Mann, ist das eklig. Erhalte die benötigte Farbe. Äh, Leute, jetzt muss ich überlegen, wie kriegt man denn noch mal grün? Oh, wie kriegt man denn noch mal grün? Ich glaub, einen Blauton brauchen wir. Wir brauchen so einen gelben Ton. Ja, und vielleicht noch Orange. Ne, Blau und Gelb. Digga, ich bin einfach Farbgenie. Nenn mich Malermeister Denno. Ich sag so, wie's ist. Muntere den Hamster auf. Aha, Hamster. Wir gucken mal, was bei dir so geht. Mensch, Hamster. Ja, ja gut, von der Welt löschen ist halt auch scheiße. Er könnte ja das Hamsterrad nehmen. Ja, du sollst da nicht drin surfen. Du sollst da laufen. Ja, gut. Egal, wir haben den Hamster aufgemundert. G steht für gönnen. Hilf dem Mädchen. Uff. Also, das sieht nach einem ganz ernsten Fall von Hässlichkeit aus. Da müssen wir auf jeden Fall und dieses Mal nicht die Lustbrille aufsetzen, sondern wir brauchen jetzt die Professionalitätsbrille. Und ich mach hier mal die Dinger raus. Und hu hu. Also, sehen wir uns morgen früh um halb zehn nochmal. So, weiter geht's. Level 139 schon. Bringe den Schneemann zum Schmelzen. Ah ja, ich soll den Schneemann zum Schmelzen bringen. Ja, wie geht denn das? Am besten nehmen wir hier das Ding weg. Und der Typ ist am Furzen. Alter, der hat den ganzen Schneemann getötet. Was bist du denn für ein Hund? Ja oder nein? Das ist hier die Frage. Was soll denn ja oder nein bedeuten? Ja oder nein? Oder ja oder nein? Oder ja? Oder... Da war ein Herz unten. Ja, anscheinend ja. Okay, rette die Oma. Ja, Leute. Ganz locker. Locker bleiben. Also, wir retten die Oma jetzt. Da oben Kaktus. Digga, das sind einfach drei Katzen. Haben die eigentlich Scheiße vor oder was? Finde eine Nixe. Wow. Oh. Holy Mamoli. Ey, Leute. Also, da würde ich aber jetzt auch nicht nein sagen. Muss ich auch mal sagen. Schöne Haarfarbe. Finde das WLAN. Ja. Da ist es doch. Ja, mach mal WLAN rein. Leute, ich habe seit neuestem auch den Endenrouter zu Hause. Oder was auch immer das. Ich glaube, das war ein V oder so. Läuft. Also, 100 MBit die Sekunde. Easy. Lösche das Überflüssige. Ähm, hallo. Äh, da oben. Hallo, das ist das Überflüssige. Ja, gut. Wir machen U-Boot und so. Auf entspannt. Ah. Ja, natürlich. Öh. Okay. Das wäre ich dann zum Beispiel. Wo ist das Geld? Bestimmt hier drin. Nein. Da drin. Auch nicht da oben. Aha. Das ist ein Sparschwein also. Bro. Wenn der Schlitz oben ist. Was hast du dann mit dem Schwein gemacht? Wie funktioniert der Geldautomat? Ja, der Kobold, der sitzt da drin und gibt Geld aus der Truhe raus. Weiß doch jedes Kind. Ist doch Baby-Eier-Leicht. Wie lange habe ich den nicht mehr rausgehauen, Leute? Wecke das Mädchen. Holy Moly. Hallo. Ich bin hier. Äh. Okay. Ja, Leute. Das war es auf jeden Fall wieder mit einer Runde. Delete one part. Draw one part. Und weiß, was ich. Ich hoffe, es hat euch einfach gefallen. Lasst ein Like da. Wenn ja. Und vor allem, wenn ihr ein Abo reinschattet, dann würde ich am Wochenende noch eine Folge bringen. Dickes, dickes Küsschen. Deno out. Deno out. Vielen Dank.